12 Uhr AM, also 12 Uhr in der Nacht. Oh, Telefon! Bei der 10 hat er immer solche Probleme gehabt. So, wir müssen hier auf Sonic aufpassen, also quasi Sonic und seinen Freunden hier, ja. Und sollten so wenig wie möglich die Power verbrauchen, denn... Ja, umso weniger wir die Power verbrauchen, umso schneller kommen wir an unser Ziel dran, denn unser Ziel ist, bis 6 Uhr die Nacht durchzuhalten und dürfen uns nicht erzwecken lassen. Beziehungsweise wir dürfen... Oh, wir dürfen auf gar keinen Fall die Puppen aus dem Blickwinkel lassen. Das Poster sieht etwas creepy aus. Immerhin ist das doch eigentlich ein... Cut? Was ist denn... Das Bild sah doch gerade anders aus, oder nicht? War ich... Hä? Äh, das Bild verändert sich immer. Hä? What? I wanna be careful about that. But, uh, anyways, um... Oh, oh... That's why you have the doors, the lights, you can check, check the lights. Oh, M.G. That's absolutely necessary. Because you only have the power. Alright, it's just... Anyway, it is... Good night, night, night. What's going on? Was steht da immer noch rum? Geht aus. Manchmal will die Maus ja gar nicht. Übrigens, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich das Spiel spiele. Ich versuche ja, mein Sega-Image aufzubauen. Und... Wow. Hä? Oh, oh je. Oh, nein, 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 nein. Nicht so viel, nicht so viel. Was macht der denn da? Und Yoshi... Oh! Sonic, was ist mit dir los? Du bist doch nicht böse auf mich, oder? Okay, da ist schon mal keiner. Da ist keiner. Wo ist Yoshi? Was ist noch da? 62 Prozent. OMG. Wir haben noch eine ganze Nacht vor uns hier. Also ehrlich, das ist... Yoshi, Yoshi, Yoshi! Yoshi! Also die erste Nacht hatte ich schon im privaten Spielen, wenn man das erkannt hatte, ähm, schon geschafft. Die zweite Nacht, das war nicht der Fall. Und Mario nervt mich auch schon, irgendwie. Der ist irgendwo da in diesem blöden Bereich. Auf jeden Fall. Ja, er steht da irgendwo rum. Und Yoshi, bestimmt auf der Seite noch irgendwas? Nein? Nee, nee. Oh, was? Ach, komm schon. Wow! Wow! Wo ist Yoshi denn jetzt? Yoshi? Wow! Jetzt sind sie beide hier. Yoshi auf der rechten Seite, Mario auf der linken Seite. Wow! Ach, komm schon! Hau ab! Ach, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich kann doch nicht die ganze Zeit die Tür zumachen. Das nimmt Energie weg. Wo ist Yoshi? Ja. Leute, Leute, was hab ich mir hier nur angetan? Der ist immer noch da! Ach, komm schon, komm schon, komm schon! Geh jetzt auf die 6! 6 Uhr, bitte! Bitte! Wie bitte? Jetzt... Aha, nein! Jetzt steht da noch. Yoshi weg! Oh, Marius! Marius da vorne! Okay. Aber was... Warte mal, was ist mit Sonic? Okay, Sonic steht noch auf seinen Anhaltspunkt, wo er stehen soll eigentlich. Wo eigentlich... Wo eigentlich alle stehen sollen, find ich. Wo ist Yoshi? Ja! Geschafft! Wuhu! Ja, ey, mein Test hab ich doch nicht so gut hingekriegt. Ich versteh's nicht, aber okay! Damit gehen wir in die zweite Nacht rein. Das war jetzt für mich jetzt etwas einfacher als jede Probe. Aber das liegt vielleicht auch da dran, weil es ja Probe war. Hallo? Hallo? Oh, nice job! An I2! Äh, wonderful! Did anything actually happen yesterday? Probably not. I'm just being curious. So, anyways... Since you did especially get out when I made it an I2, I might tell you some more stuff. But I kinda have to do that anyway. Man sollte auch nicht die ganze Zeit da draufklicken, das ist klar. Jetzt ist die Energie weg. Zweite Nacht. Oh, man. Oh, man. Und jetzt fängt's schon wieder an. Übrigens, in der zweiten Nacht müssen wir... Sind die? Sonic, Mario, Yoshi, Tails... Oh, okay. In der zweiten Nacht müssen wir auch hier drauf aufpassen. Oh, I forgot about Tails. Okay, um... Er hat die Rolle da in dem Spiel, die Foxy Foxy Foxy... Noch ist alles gut. Wir haben ein Uhr in der Nacht. Es ist 87% noch. So, be careful, but... Noch haben wir... Keine Rosen gefahren. Ja, und jetzt ist natürlich die Signal weg. Wow. Make sure you don't get killed by him, alright? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich versuche, wie ich heute bin, too. Alright, good night. Hä? Wo ist Mario? Oh, okay. Okay. Tails, bleib ja da an deinem Punkt. Mario da. Yoshi, Yoshi ist... Yoshi ist da. Also, es mag einfach aussehen, das Spiel generell. Aber wer Five Night at Freddy's kennt... Wow. Der weiß... Wow. Bleib du fern von mir. Moment. Yoshi. Mario da. Sonic da. Oh, Mann. Das große Problem an der ganzen Sache ist, ich spiele das auch noch... Wow. Bleibst du wohl an deinem Punkt wieder stehen? Du bleibst da, ja? Hast du verstanden? Ja, also das Einzige, was an der Sache halt ist, es wird alles kurz vor der Nacht gespielt. Ja, also herrlich... Wow. Yoshi? Yoshi! Mann, ich will mich hier doch hier foltern. Wo ist Mario da? Komm schon, Uhrzeit. Geh ein bisschen schneller, bitte. Drei Uhr. Drei Uhr. Wir haben schon mal drei Uhr. Es ist... Es ist schon mal gar nicht so verkehrt. Drei Uhr. Was? Schock, 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 Schock. Oh, nein. Ich hab ihn schon erwartet, aber ich dachte nicht, dass er einspringt, denn... Alter... Wir sind in der zweiten Nacht durchgekommen, das ist mir noch nicht passiert. Das letzte Mal, ähm... Als ich jetzt eine Probe gespielt habe, gab es mich Mario erwischt. Tails hat mich nie erwischt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich muss noch mal gucken, wie ich das gemacht habe. Ähm, eventuell, ähm... Können wir das ja so weiterspielen, wie bisher. Wenn's euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen. Und... Und... Ja, eigentlich haben wir noch Zeit. Ja, natürlich haben wir noch Zeit. Wir können's noch einmal versuchen. Noch ein bisschen. Ja? Andererseits... Joa, keine Ahnung. Ähm... Wir gehen noch mal rein. Also, ich... Dachte jetzt schon, mit drei Uhr ständen wir schon ziemlich nah dran am Ziel, aber... Uff, das war jetzt mehr... Ich weiß nicht. Eigentlich ist das Spiel nicht so erschreckend. Weil es sieht eigentlich aus wie... Boah. Es sieht eigentlich aus... Ja, keine Ahnung. Es sieht langweilig aus. Aber... Spielt es selber. Und wenn ihr... Aus irgendeinem Grund plötzlich überrascht werdet, wundert euch nicht. Also, für mich war das jetzt überraschend. So, I'm learning about some of this stuff myself. Aber... Uff. Und ich bin ganz sicher, dass ihr alle diese Charakteren gehört habt. Sonic, Mario, Yoshi, Tails... Oh, Tails. Oh, ich verliere, dass es es ist. Okay, uh... Und schon sind sie draußen. Tschüss. Schön. Hast du noch die Pirate Cove-Kamera gesehen? Wenn du das hast... Das ist, wie ein Tails ist. Jetzt, uh... Du möchtest dich über ihn schauen. Weil wenn du nicht siehst, wenn du ihn nicht aufhörst... Hallo? Wollte man nicht alle Türen zuschließen, wenn man irgendwo... Keine Ahnung. Ich bin... Der Wachmann. Aber... Wenn er läuft, die Kamera scheint nicht zu funktionieren. Das ist, dass es in diesem Moment funktioniert. Der Typ, der sich um die Türen kümmert, oder? Aber... Just... Watch out for him. Natürlich machen sie wieder die Abunkel hier. Ist klar. Schön die Kamera ausschalten, wie ehrlich. All right. Good night. Hä? Wo war denn jetzt eigentlich nochmal... Ach, da ist Tails. Bleib ja drinnen, ja? Ich hab keine Lust, dass der nochmal hier antanzt. Aber wenn das Licht ausgeht, ist das gleiche. Das gleiche Problem, weil dann wird man erwischt. Und das ist... Ach, das ist aber ein fieses Spiel. Was guckst du mich denn so an? Wo ist denn Yoshi? Yoshi? Yoshi! Yoshi! Ach... Das ist doch ein Pferd, oder? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Dass der wieder reingegangen ist. Ich weiß es nicht. Was? Mario? Man muss ja auch auf vier Leute... ...vier Charakter auf achten. Ich halte jetzt mal die Kamera an. Aber Mario macht mir genauso Sorge. Ehrlich? Ehrlich? Jesus. Nein, Güte. Nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein. Oh, ich hab doch die Tür zugemacht. Warum ist das? Ich hab doch noch die... Warum? Gott, dieses Spiel ist echt Wahnsinn. Leute, wenn ihr das spielen wollt, ich werde das Spiel verlinken. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen. Wir haben es tatsächlich. Ähm, ja, bis zur zweiten Nacht, wie gesagt. Ach, scheiße, muss man da die Tür zu machen oder sowas? Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Und vielleicht, vielleicht können wir es ja weiterspielen. Ich hab euch eventuell noch vor, die anderen Final Fantasy Sonic-Teile auf dem Spiel zu testen. Wenn es euch gefallen hat, dann da unten zeigen, kommt klar. Vielen Dank für die Idee und bis dahin. Ciao.